Guten Abend alle zusammen und willkommen zu Folge 5 von PurgePro9. Heute gehen wir in den dritten und letzten Tag, also ist es Zeit für die Teams sich neu zu formieren und den Ufertag hinter sich zu lassen, denn jetzt dürfen sie wieder von ihren Booten ausfischen. Team Headbanger hat einen großartigen Tag vom Ufer aus, also gehen sie mit zwei Punkten zusammen mit Team Catch with Kernführung und damit in den letzten Tag. Aber vier Teams stehen auf einem Punkt, also kann ich euch versichern, dass dies ein enges Rennen und es spannend bis zum letzten Wurf wird. PurgePro9 wird euch präsentiert von BigPike Trailers, Premium Boots Trailer aus Lettland, Westgear, ihr Bootshändler in Schweden, One Boat Network, jetzt alle zusammen und JR Logistics, Personalvermittlung und Rekrutierung von Lkw-Fahrern und Lagerarbeitern seit 2004. So, meine Damen und Herren, es gibt vier neue Punkte zu erobern, plus die vier extra Punkte, die nach dem Turnier vergeben werden. Einen für die höchste kombinierte Anzahl in allen drei Tagen, der derzeit von Team Catch with Care gehalten wird, einen Punkt für den größten Barsch, der von Team Nays Drought gehalten wird, einen für die höchsten kombinierten Fünf, der von Team Spotting Siemen gehalten wird und einen Punkt für den größten Torport der Barsch, den Marius und Matthias im Team Kingfischer Reisen Camote gehalten und sie sind heute auch als erstes auf dem Wasser. Hallo, guten Morgen, Leute, willkommen zum letzten Tag. Wir sind jetzt auf dem Spot und ich kann nicht erwarten, dass wir die erste Kiste machen. Ja, es ist eigentlich fünf Uhr in der Früh, also wir sind ziemlich früh, aber ja, wir haben hohe Hoffnungen, hohe Hoffnungen und wir haben einfach den letzten Tag der Fischung hier in dieser großen Region. Okie dokie, let's get it started, dude. Keep on Hüsing. Als Marius und Matthias ihren ersten Wurf machen, erscheint ein ungebetenes Team an derselben Stelle. Be careful, man. Yeah. They are coming back. Full speed. Ah, they are so annoying. Okay, maybe we have to stop for two minutes and hope they go. Ahhhh. I love seagulls, but not them. I mean, it's a good sign because then the baitfish is here, but we want to have the baitfish for us alone. For us alone! And the perches. I think my whistle scared them. Now they are really scared. Yes, right now we are fishing a little, well, a little for Swedish people. For us it's a huge water system in the middle part of Sweden. This is actually a quite big lake which has some steep hills coming up in the middle of the lake. It goes up from almost 20m to 70cm or something like this. And this is... They are actually on right now. This is where... Look at this! Yeah, it's crazy. This is where the baitfish comes up. And they are here, that's perfect. So we just... I hope it paid out to be up that early. Because the fishes are here. So it should be hopefully just a matter of time until we can show you guys the first topwater fish of the day. We had a couple of attacks already. And just pumped up. So cool fishing early in the morning. Hopefully the wind slows down a bit, but if not, it's okay. No problem, we're good to go. Can we change? Do you mind netting that matters? There it comes. Thanks. At least we've got a topwater clicker. Let's give him a quick measurement, but it should be the first clicker on topwater. And we put it around like this. And it's a 35. Bravo, Henke! Bravo, bra, bra! I was telling you about, I take the middle hook away. I always do that, but now they are so picky. And I just want to not risk losing a fish. So I leave it on for some minutes and then I take it off again. I start out as always with the wake crop. As you see, it's damaged as hell. Because they go mad for it. So hopefully we can show you some bigger fish on that one. But they are on and they start to chase. It's getting brighter and brighter. I don't know if the sun will come up that early, but we will see. And there is the next one. Off. Yeah. Oh! That's fishing! You just can't keep on using. There's.. The seagulls again. So scared that we have got a perch on and the seagulls come. The size could be a bit bigger. Hahaha Net! Would be better, but I got him. First percher of the morning on the wake prop. So let's measure him quickly. Good job! Okay, it's in the front, it's in the back and as you see, it's a 39. A 39 top water perch in the morning. So go out early. Let's put it back. It seems as if they would pay their decision to start fishing early with the fishing. And now the next team is on the water in the hope to catch some hungry morning bears. What a morning! The water is rising from the water. Good morning and welcome to episode number 5. We are early in the morning. It's now 6 o'clock and we have done a few casts. We have been searching the fish for a while and found a smaller skull of them. Now keep on watching us and we will keep on hammering. Keep on hammering! Let's go get him! Fish! I am going to be finished! I am going to be finished! I am going to be finished. I am going to continue with the top water. The top water is our only chance. We are not going to get the top water pitch today. We have zero chance to be at the top of the scoreboard. So, ich muss weiter mit der Top-Water gehen. Guten Morgen, es ist sehr früh in der Morgen. Und es ist der letzte Tag des Perch Pro Season 9. Ich bin so excited. Wir sind zurück auf dem Meer, wo ich einen großen Perch hatte. Und ich habe noch nicht hier seit dann. Ich bin super gespannt. Ja, so heute machen wir das kleine Boat-Fishing. Ich hoffe, dass du es liebst. Ich hoffe, dass du es liebst. Soll wir rausfischen? Ja, wir müssen die Midgets und die Moschüter. Ja, wir gehen! Wir gehen! Der erste Kast! Wir gehen! Heute machen wir alles in unsere Kraft, um ein größer Top-Water zu fischen. Wir fischen einen größeren Top-Water als Kingfisher. Oh, Fisch auf! Das ist ein Perch, oder? Das war ein Perch, oder? Ja, das war ein Perch. Ich bin ich auch ein Perch im Barsch. Enwege wir haben, dass wir auch ein Hubschwerter starten. Wir starten mit dem Top-Water mit der Top-Water und versuchen, einen großen Fisch auf den Top-Water zu fischen. Ich bin so Angst für den Barsch. Ich bin so Angst für die Barsch. Aber ich denke, wir werden irgendwann überhangen. Ja, wir werden das Barsch-Ein. Oh, das ist ein Perch! Ich habe das Wasser. Das ist schön, Markus. Ja, das ist ein schönes. Du bist bereit? Ich bin bereit. Ich dachte, das war ein Barsch. Ja, das war wirklich ein Barschstriker. Hallo Leute, willkommen zurück in Episode 5. Diesen Morgen ist völlig anders. Wir haben zwischen 3-4 Grad Celsius im Vetter. Das ist wirklich die Temperatur. Aber wenn man sieht, es ist ein klires Sköne. Es ist schön, kein Wind. Wir haben eine gute Kondition. Und ich denke, die Barschstriker wird ein bisschen später. Aber wir sind auf Platz. Ja, die Fische wird fühlen, und dann wird es aktiv. Ich denke, die Top 5, wir müssen etwas Besonderes machen. Und natürlich, vielleicht fangen die Dreamfische. Die 51 plus. Ja, natürlich. Ich bin sehr begeistert. Ja. Ja. Okay. Los geht's. Los geht's. Vier Teams haben mit dem Angeln begonnen. Und jetzt bereitet sich das Team Eholotus Punkt EU auf den Finaltag vor. Gestern haben sie ihren ersten Punkt im Perch Pro mitgenommen, als sie einen 46cm Barsch gefangen haben. Fragen zur Messung dieses Fisches haben uns erreicht. Daher möchten wir kurz klarstellen, dass dieser Barsch als 46cm zugelassen ist. Nicht mehr, nicht weniger. Nicht mehr. Nicht weniger. Nicht weniger. Und das ist das Grund, warum wir hier sind. Wir fangen viele große Barsch. Gute Barsch. 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 Und wir fangen mit Barsch. Und wir fangen mit Barsch an. Und haben Spaß mit der Fischen. Ja. Und so, es ist ein tolles Wetter. Und ein tolles Land wie Sweden. Barsch. Hallo Leute. Willkommen zurück für eine weitere Episode von Perch Pro 9. Wir sind zurück in der Numbers Lake. Wir halten den Trackcord für die meisten Fische im Tournament. Der Wegpunkt ist set. So, das Ziel für heute ist 187. Ja. Wir werden es für euch machen. First Cast. Rollout. Und, Damen und Herren. Wir haben uns einen Klickern. First Fisch des Tages. Steel Blue Smelteating Perch. Alright. Und das ist ein 1. So, wir beginnen mit 7.50. Ja, wir hatten die beste Fische den ersten Tag zwischen 8 und 10. Ja. Und dann haben wir auch noch die aktive, zwischen 5 und 6. Ende des Tages. Ja. So, wir werden genau das gleiche wie wir den ersten Tag. Wir hatten so gute Ergebnisse. Und das ist das gleiche Taktik. Ein großer Fisch ist genug für uns heute. Ja. Ein wirklich großer Fisch ist 50 plus. Ja. So, wenn wir auf diese Taktik sind, wäre es sehr schön. Aber wir werden auch für die Top 5. Wir versuchen zumindest die Top 5. Ja, natürlich. First Cast des Tages, meine Freunde. Ja, aber warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Warte, warte, warte. Warte, warte. Warte, warte. Ja, ich bin bereit. Wir machen den ersten Cast des Tages. Warte, 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 warte und alle. Ein wirklich großer Gris, wie gesagt, in Sweden. Ein wirklich großer Fisch ist genug. Bitte warte, warte jetzt, Dustin. Wir müssen nicht bemerksam den ganzen Tag. Ich hoffe, auch. Ich beginne mit dem Taktik. Ich werde mich auf Craw. Tobi macht das Gegenteil. Er fischer einen Bladerunner mit einem hohen Vibration-Tail. Wir sehen uns was funktioniert. Wenn etwas funktioniert, dann wäre es schön. Ich habe den ersten Cast und ich habe fünf Mussel. Das ist immer ein gutes Zeichen hier. Ich glaube, ich glaube, dass die Barsche bemer die Mussel. Ich glaube, dass sie die Barsche bemer die Mussel. Ich glaube, dass sie die Barsche bemer die Mussel. Also, wenn man die Mussel hier in den Niederlanden, ist es wahrscheinlich gut für eine große Barsche, in diesen großen Barschen. Okay. Wir sind auf unserem ersten Spot. Wir sind auf ziemlich tiefes Wasser, weil das letzte Mal wir hier waren, die Fische standen sehr tief, zwischen 9 bis 11 Meter. Und all die große Barsche sind auf tiefes Wasser. Wir schauen uns ein bisschen rund um den Bereich. Wir haben einige Marken auf unseren Sonaren. Wir schauen uns und beginnen. Wir machen etwas ein bisschen anders. Wir werden versuchen, unsere Hardbaits zu gehen ein bisschen mehr runter. So, nur kleine Adapter, um die richtige Fische zu bekommen. Wir denken wahrscheinlich, dass wir heute etwas verrückt werden, um das zu machen, um das zu machen. Wir werden versuchen, um die Top 5 zu erhöhen, um die Top 5 zu erhöhen, um die Top 5 zu erhöhen. Und auch ein großer Barsche auf Top 5 zu erhöhen, aber auch um die Barsche. Die 51-plus, die wir brauchen, sicher, um das zu gewinnen. So, das ist alles drin, mein Freund. Ja, wir machen es. Ja, wir machen es. Ja, wir machen es. Wir machen unser Bestes. Guys, das ist mein Start-up. Ich versuche es mit der World Minnow, mit der Flashboost. Und ich habe eine Weite auf den. So, jetzt kann ich ein bisschen runter und versuchen, ob die große Barsche wollen das. Weil ich habe es bei Hause gemacht und es funktioniert. So, wir sehen uns. Okay, alle. Lass uns den ersten Kasten von heute. Ja. Episode 5. Let's go. Let's go. Ja. Hast du einen großen? Oh, ich denke, es ist valid. Ja, ja. Warte, ich kann den anderen. Ja, nutt ihn, nutt ihn, nutt ihn. Ja, das ist der erste Kasten des Tages. Auf einer speziellen Montage. Eine spezielle Fischung. Es war toll, weil es ist eine andere Fischung. Und es ist ein bisschen, wie ein hartbait, auf 12 Meter, mit der Karilina, wie man Fischung. Es ist toll. Das ist der erste Kasten des Tages. So, wir gehen uns zum nächsten Mal. Es ist der Kasten 41. Hier ist mein Setup. Hier ist mein Setup. Es ist ein tolles Fischung. Es ist ein tolles Fischung. Es könnte so effizient sein. Nehmen wir eine Hand? Ich denke, ich bin gut. Es ist ein sehr starkes Fischung. Ja, ich habe es gestorben. Ich habe ein Fischung hier. Oh, sie sind sehr stark. Ja, ich habe sie in der Nähe. Ein schönes Perch. Let's go. Oh, das war ein schönes Tag. Tell me, ob du mich braucht. Oh, du siehst den Hecht? Es ist noch da. Oh, was ist passiert? Oh nein. Was ist falsch? Sie sah das? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Check out Kingfisher Horizon for adventures like this. Ja. Ja, du sollst. Oh mein Gott. And another lovely Perch. Du siehst die Skars. Du siehst die Pikes. Oh mein Gott. Die sind verrückt. Was für ein Fisch. Das ist verrückt. Das ist ein 32. Ein 34. Ein 32, ein 34. Der nächste ist ein 33. Ein 34. Vielleicht ist der Pikes unter dem Boot. Ein 35. Ein 36. Ein 38. Ein 38. Und jetzt ist der Topfisch. Topfisch auf der Topwater. Hier geht's. Das ist ein 43. Das ist ein 43. Das ist cool. Das ist toll. Wir hatten jetzt ein wahnsinniges Fisch. Wir haben 7 Fische in 10 Minuten. Ich weiß wirklich nicht, was die Topf 5 sind. Aber wir haben nachher kalkuliert. Wir lassen euch das wissen. Wir müssen weiterhelfen. Bleiben auf. Wir sind auf dem Feuer. Und es scheint auch die Fische zu sein. Also, los geht's. Was für ein verrückter Morgen zeigt uns das Team Kingfisher Reisen Carmo Tackle. Davon träumen wir doch wirklich alle. Barsche werden verrückt nach den Ködern an der Oberfläche. Und das Live Well kann keinen einzigen Barsch mehr aufnehmen. Wir müssen wieder die alten finden. Ja. Absolut. Normalerweise in dieser Zeit des Tages, sind sie wirklich hoch auf der Wasserseite. Und es ist nicht auf der Oberfläche. Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich verstehe das überhaupt nicht. Die Barsche werden. Ja. Wenn sie sogar noch befeiert. Wir brauchen die NETs auch. Das ist ein Klickert. 32. Die sind jetzt mit Fisch. Vielleicht nur kleine. Wir werden uns in einen Sekunden. Das ist ein leichter Weg zu herausfinden, wie klein sie sind. Ja. Wir werden mit den Barschen Fisch. Besten von heute. Aber es gibt hoffentlich größeren. 37. Die lieben die Turden. Finesse Turden von Seaman. Koppar Trös. Aber die Barschen. Wo sind sie? Das sind diejenigen, die wir brauchen. Das ist nicht das Start, wir hoffen. Wir hoffen, dass wir die Fisch finden. Wir hoffen, dass wir die Fisch finden. In der Mitte der Nacht finden. Wir finden die Fisch. Aber das Gegenteil passiert. Wir finden nur die Kinder. Wir müssen beginnen zu suchen. Das ist nicht gut. Das ist nur ein klein, klein Fisch. Das ist nur ein klein Fisch. Ja, das ist nur ein klein Fisch. Ja, das ist nur ein Fisch. Aber sie sind klein. Ja, sie sind wirklich klein. Ja. Wir gehen weiter. Es gibt keine Fisch. Es gibt keine Fisch. Die sind nicht sogar 20 cm. Das sind nur ein Baby. Oh, ein sehr guter Fisch. Sehr guter Fisch. Tobi. Sehr guter Fisch. Sehr guter Fisch. Es war ein Perch. Ich habe nur die Anker. Es ist ein neues Fisch. Ich sehe, ob es ein Pyke war. Oh, ein sehr guter Fisch. Oh, nein. Was passiert? Und es war 100% Perch. Du siehst das? Brieffels? Es hat sich verändert die Hüte ganz schnell. Kobi, das ist ein gutes Zeichen. Ja, das ist hier. Wieder. Aber das fühlt sich als ein klein Fisch. Oh, ich hatte einen. Ich habe auch eine Fisch. Wir haben auch eine Fisch. Wir haben drei Fisch, Dustin. Und nicht nur eine Fisch. Du hast eine Fisch? Ja, ich habe einen. Oh, nice. Es war ziemlich nahe. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Das ist ein gutes Zeichen. Oh, ich habe einen Fisch. Oh, ich habe einen Fisch. Oh, ich habe einen Fisch. Und wieder. Ich glaube, es ist ein kleiner Perch. Ja. Es ist definitiv ein Fisch. Schau. Es war nicht ein Fisch. Es war ein Fisch. Ja. 100%. Oh, ja. Fisch! Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Wir haben einen Fisch. Wir brauchen einen Fisch. Hier, hier, hier. Oh, Mann. Okay, ich komme. Ich komme. Das ist ein Fisch. Ja. Ja. Das ist so verrückt. Das ist verrückt. Oh, Mann. Fantastisch. So cool. Das ist ein Fisch. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Das ist knapp zu 40, nicht wahr? Das könnte 40 sein. Ja, das ist ein Fisch. Das müsste ein Fisch. Es ist 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 in der Front. Es ist in der Back. Wir haben noch einen Platz. Wir haben eine andere Stelle. Wir lieben. Der Marius hatte einen Fisch. Wir haben jetzt einen 39er Perch. So, wir gehen weiter. Und versuchen, unser Bestes zu stecken. Wir haben unsere ersten drei Spots. Der Result für uns war ziemlich okay. Wir wollen das gleiche machen. Wir wollen das gleiche machen. Wir gehen auf den ersten Spot. Wir sehen, ob die Fisch sind noch aktiv. Wir machen den zweiten. Dann sehen wir uns etwas Twitch-Baiting. In diesem Bereich. Denn hier sind viele Rocks. Nicht Rocks. Loks. In der Wasser. So, die Fisch sind in der Wasser. Und wir werden dann noch erfolgreich sein. Wenn die Sonne kommt mit einem kleinen Twitch-Bait-Action. Aber wir gehen nach der ersten Spot. Und dann versuchen wir den Topwater-Fisch. So, keep on using. Maybe the one something dark. Really rough, rough start today. Not that what we were hoping for. This is nothing like it used to be here. It seems like it's the gangsters again. Yeah, Fisch. Better or small one? Not super big, but not super small. A little better. Let's hope the bigger ones are. Biggest for the day. First 40. Yeah, yeah. Most likely. Perfect perch. Third. 41. 41. 41. Bye, Bait-Action. Das ist ein bisschen besseres Sägen als die anderen. Ich hoffe, dass die größten starten zu füllen. Ja, Fisch. Das fühlt sich ein bisschen schwerer. Ein bisschen schwerer, zumindest. Du gehst mit der Nette, Stefan? Ja. Absolut. Aber ich bin nicht sicher, es kommt zu einfach. Es kommt zu einfach. Das ist besser. Das ist der Tag. Ein guter. Das ist ein 40. Das ist ein 40. Einmal. Die sind wirklich auf dem Boden. Die 3. Ja. 44. 44. Das ist nicht ein schlechtes Fisch. Ich habe jetzt verändert. Nach einer Stunde. Ich habe den ersten Stunde versucht, einen größeren Fisch. Ich habe einen Topwater, Bladjigs und Chatterbait. Aber ich habe keinen Biss. Ich habe keinen Biss. Ich habe einen Biss. Ich habe einen Biss. Ich habe einen Biss. Eine Aufmerung. Nein, mancéini ist ein Low 거야. Ja, das kann mich nicht sein. Ja, das filled mit. Nura, basier alt. 15 cm. Schaut. Das ist zu kurz. Nein, das ist zu kurz. Aber Samamura funktioniert wie hell. Hallo, Samamura. Mein liebster Samamura. Wenn es so ist, ich mache es auf der anderen Seite. Ich mache es auf der anderen Seite. Und ich mache es ein bisschen auf der Seite. So kann ich mehr Fische wie dieser. Es hilft. Es kann dir mehr Fische. Aber in diesem Moment, ich habe es auf der Lichter. Ich brauche Lichter, weil wir einen Meter gehen. Ich nehme eine andere Samamura. Eine andere Runde. Und ich gehe nach vorne. Weil wir die Fische sind da. Und es ist schallig. Ich gehe einfach über, 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 über. Auf der Lichter. Ich mache sie Angst. Ich mache sie Angst. Opa, es ist klick. Es ist klick. Es ist klick. Das ist der erste klick. In der Morgen. Die Sonne ist bereits auf. Und wir müssen die Tempo. Das Lure Basseschen wirklich funktioniert. Wenn wir die Speed und Tempo brauchen. Das natürliche Farbe ist einer der besten Farbe. Für Basseschen. Wir sind eine Stunde in der Kampagne. Und wir fangen Pikes. A lot of Pikes. Third Pikes der Tag. Auf der Spitfire. Das Spitfire ist auch ein sehr guter Bait. Für Barschen. Wir haben den größeren Barschen. Für Barschen. Wir haben ihn in einer größeren Größe. Oh, das ist ein guter Barschen. First Pikes. Ja. 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 Das ist ein guter Barschen. Das ist ein guter Barschen. Ja. Das ist ein guter Barschen. Das ist ein guter Barschen. Jetzt sind wir auf. Auf der Barschen, Chad. Das gleiche wie vorhin. Das Kombination hat sich totaler Barschen. Das war so gut. Ich hatte den Barschen. Ich habe das Barschen. Ich habe das Barschen. Und ich fühle mich, wenn man diese sehr starken Barschen hat. Ja. Und dann habe ich das Barschen. Barschen. Ja. Okay. Schauen wir uns an diesen Barschen. Ein super schöner Barschen. Aber es ist mehr dicker als langer. Und heute brauchen wir ihn langer. Ist es sogar 40? Es wird nahe an 40. Aber... Da ist es. Ja. Das ist eine nördliche Schönheit. Es scheint, als würden die Teams es genießen, wieder an ihren Booten zu sitzen. Alle Teams, die draußen auf dem Wasser sind, haben zugelaster Barsche gefunden. Außer Team Next Drift. Aber wir wissen, dass ihr Wasser einige wirklich große Barschen enthält. Also es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder einen 50-Pluser in ihrem Boot sehen können. Es ist an der Zeit, Team Byte of Bleak am letzten Tag willkommen zu heißen. Und sie sind bereit, sich einem harten Tag an Land zu rächen. Hallo Leute und willkommen zu Barschen Pro Episode 5. Das ist Barschen Obliek. Wir haben ein paar distance von unserer Kabin. Wir sind jetzt noch mehr in der Forrest-Läge von den letzten paar Tage. Wir sind in der Wildnis. Wir suchen einen großen Barschen heute. Einen großen Barschen. Ja. Es ist nur einen großen Barschen heute. Wir suchen heute. Einen Barschen, das ist alles wir brauchen. Wir hatten einen wirklich schweren Tag gestern. Ja, alles kann verändern. Wir wissen nicht was das Ergebnis war gestern. Aber wir haben nichts zu verlieren. Nein. Wir starten mit den großen Fischen und sehen, was passiert. Ich benutze den kleinsten, den kleinsten Schadiggen wir haben. Den kleinsten. Auf einem 5-gramm-Häden. Ich gehe für einen etwas größeren Tag. Ich gehe für den Pope. Welcher weight hast du auf dem Häden? 10. 10 Gramm. Fotballhäden. Jetzt ist es Spielzeit. Wir machen den ersten Kasten. Wir haben viele Barschen. Wir haben einige Barschen hier. Ja. Wir haben eine große Barschen. Wir hoffen, wir finden einige Barschen hier. Good luck, alle. Wir haben einen Barschen hier. Barschen! Ready? Ja. 1, 2, 3, go! Look at how they move around. Fische. Fische. How are you feeling? Pikes. Pikes. Okay. Good strike, but pikes. Do you need to have the net for it? Ja, I fix it myself. Fische. Ja, but I fix it. Fix that for you. Komm her. You have my brain. Wrong species. Fische. Bad decision, Richard. Bad decision. Bad decision. We have some followers, but they don't bite, so I'm going to try a drop shot. Let's see if I can fish a little bit more static on them. Let's see. Yeah, see perches swimming past us. They're circling. You see, coming back. They don't seem to be in feeding mode. It's good that we see them swimming. I mean, it was a much colder weather today. Yeah. But of course the pressure is better. This is exciting to see the perch like this. That must be a big fish. Yeah, I see it. I see a big one coming after. Check. Not so big, but it's a perch. It's a clicker. Yeah. But why? They don't strike. That's not good that they don't strike. Yeah, fish on. Better? Oh, I lost it. I'm going to try a few casts with a Wilmako popper from Lurfans. The Wilmako V8. It's a really good popper. It's a titanium fin on the underside. Make it twitch really good. You see? See? That's a perch. That was a big perch. Yeah, no. Lost it. Yeah, fish on. Better? Yeah. It can be a pike also. I don't know what this is. Maybe this is a pike. But it was staying so long time. No, it's a big perch. Big perch. Big perch. Big perch. On the top water. We fought so hard for this one. Please let it be 45. What do you think? It's a fatty. It's a fatty. It's a 40. Beautiful, beautiful fish. 40 centimeter. Really nice. Top water. I think it was like 3-4 of them hunting in the surface. You know, I just took out the proper without seeing anything. Just taking a chance on it. And after my first cast, they started hunting in the surface. Yeah, big perch. Come on. Let's go. Really heavy. No, it's a pike. It's a pike. Have you seen it? Yeah, I've seen it. Too bad. Can you net it for me? Yeah. No, I net it myself. Yeah. Come on, one more. I've fished after. Oh! It missed it. It was a smaller fish coming for it. Tell me if I should move. I think it's okay. I'm afraid to scare them off also. Yeah. They were like 4-5 meters away from me when I landed before, but they came. I cannot come over, you know, the hunt we saw on the surface. You know, one of the most brutal hunting I've seen for big perch. Many times they are just like taking small bites on the surface, but that was half fish over the surface. And it was incredible to see. We're trying a little bit hard to find the big ones, but we want to throw on. But we have so much bait fish out here, so somewhere around them, probably a little bit outside the schools, they will be there. So, we just need to do what we can search, search and find, and then probably we can have some result. So, we do the best that we can. We got her. Yeah, approved. An approved one. Yeah. It's well today. Just caught maybe approved one. I think it's quite good, this one. Yeah, it's approved. It's my, I take it, I take it. Yeah, my friend. Boom, 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 boom. Great. Oh, she threw up something. Our second approved perch, it's not a monster, but we take her. It took on a Ned Rig again for me to see in the mouth. So, try the new one, a Japanese made Ned Worm from G-Crack. So, beautiful one. This is a nice 37. So, put her back, take a new one. Bye-bye. It took some time before she took it. She just was, nah, maybe, maybe. But, it was a cappuccosa and then... That was a kebab. Great. So, let's continue. Yeah. Five seagulls is more than four eagles. They're packing. No, we're interrupting their gang rape. There is a lot of fish here. Hunting, surface. Okay, first topwater fish of today. I'll put it on the measure board. And it's 33. It's not a monster, but we have our topwater fish. Okay, another 30 at the topwater. I don't think it's longer than 33. Since this topwater fish, I measure it again. And I think it's 33 as well. 33 centimeters on the water strike, Strike Pro. So much fun. So nice to do. We tried the spot where we had the best fishing the first day. But we can't see that much perch on the sonar. And we have only got one bite here. So, we're going to change spots to where Dustin caught the 50 centimeter. And see if they are more active there. Fish. No, I lost it for a big perch. No. No. Why? What happened? Just lost it. It was such a nice strike. But at least there seemed to be biting. I don't see any bite marks, but you saw it was on. I mean, because the bite was also like this perch bite. Yeah. Never know. It was full casting direction that way. Super hard when we lose fish like this. Because one fish could be enough for us to win perch or not. And we know that there are a lot of big fish here. So, that could have been that fish. But yeah, always with fishing you lose some. So, nothing to do about it. What should we do? Concentrate on these three spots or searching on this plateau as well? Searching, you mean further up? Yeah, there is another plateau not far away from here. We can see if there is a fish at home. But I want to go after this spot, I want to go back. Yeah, because we had the most strikes over there. I mean, this, I think it was a really big fish I had on. Because it was so heavy. Yeah. A fish. A perch. Is it good? Yeah. It is a good perch. Very good perch. It can be a 50. No, it is too heavy. No, it is a perch. Or is it a pike? The shakes in the beginning. It is too heavy for a perch. It is too heavy for a perch. The shakes in the beginning was like... But it is still shaking like a perch. But it is too heavy. Yeah, it is shaking like a perch. But it is too heavy. No, it is never a perch. In the beginning it was a... Yeah. And on the crow again. On the crow again, yeah. It is going to be a little bit small net, but yeah. Yeah, you do it. Nice. Well done. That is a big fish. I would say. Not what we need. But it is a nice fish. How long is it? Is it on the... Oh wait. It is one... One ten. One ten? One ten. I would prefer to catch it and fly with this jerk. But still. Very nice fish. Very nice fighter. Yeah, nice. Not what we need. But... Saying no to a one ten. It is no option. It was a really nice fight. Really nice fish. And... Our craw... Is killing it. It is so hard when you do not get any bites. You do not have the confidence. And you do not know if you are doing the right thing. Am I fishing too fast? Am I fishing too slow? Am I fishing too slow? Is it the wrong lure? Is it the wrong spot? I do not know. If I get a lot of strikes on the lure. And then I do not get any more strikes. Then I know I am probably fishing on the wrong spot at the moment. Or the fish are not active. Now I have no idea what is wrong. And that makes everything much harder and much more frustrating. We have tried different lures. We have tried different spots. But... I think we might have had one or two perch on. Might. We are not sure. Now we are on a new spot again. Actually we haven't been on this spot before. We have never been here. It does not look like it. So... A little bit deeper than we normally do. We cannot find any size fish. It is only dinky toys. So we need to do a little different move. We got a little deeper. Here is 11 and a half. Actually a little bigger than I thought it was. If I knew it would have been this big, I would not flip it. Look here. The Gyudo Star is right where it is supposed to be. Right in the nose. Fishing, throwing sheds long, long away from the boat. Just... Actually I just changed this colour. It is the first... A white pearl. A kind of white pearl. First, I have not fished this colour before. Very nice. I don't know the name. Like a Saki Ayu or something. I don't know. It is a Gyudo Star from Geek Rack. Really nice. Japanese bait. Easy bait. Oh, she is angry. She is really angry. There she is. 46. Right? 46? Yeah. New top fish for the day. 46. Almost blue in colours. Pretty, huh? And angry. And angry. Really angry. The fish are really, really, really picky. It was just like... Just touched the shed very, very light. And I set the hook and I felt... So I thought it was a smaller fish. And it followed pretty nice to the boat. Didn't have too much. And then I flipped it and said... Oh, this is a normal size. I flipped it and then I saw... Okay. It was bigger than I thought. If I knew it would have been a 46, I would definitely netted it. But they are really picky. Just small. So... Maybe that is the key. Drag the jig slowly over the bottom. Stefan sounds a little surprised about the size of this horse. 46 cm is the biggest horse today. So this point is going to Team Sporting Z-Man. Oh, big follower. Big follower. Purch? Yeah, purch. Oh yeah, it is big. Yeah, there we go. Boom, boom, boom. Good. That is a 40+. Yeah. That is bigger than the last one. Yeah, it is longer at least. Look at this. But that one is healthy too. Look at that. Look at that for a perch. So beautiful. Yes. Yeah, this one is 45.5 cm. I am thinking... No, I cannot get this one to 46. 45 cm. Okay, so I just caught a really nice 45 cm perch. On this Lime Shad Collar. And I have had a few fish on this bait now. So it is starting to get a bit worn out. And I want to be extra careful since it is a competition. So this hook is specially designed by us at Headbanger. Four banger ribs. To balance out the model of the Shad. There is some other advantages to it as well. You get the hook point really far back. And with these rocker heads. The bait sink down really slow. And usually the jig stands up like this. And the perch can suck it in really easy from the bottom. So you have a really good pick up ratio. Nice. Big. This is good, Markus. Get the net. This side or the other side? Other side, I think. This is a big perch. I can tell you that. This is the biggest of today. Oh, yes. Oh, it is huge. Oh, yes. Oh, it is huge. Good job, Manuel. It is huge. And it is off. That is a big one. Awesome. Now we are talking. Now we are getting somewhere. That is like 47 I think. Something like that. Oh, and the bite felt so nice. It is so fun to fish for perch. Yeah. I mean, to be very honest. Like, I get a more nostalgic, happy feeling with perch fishing. Than I get with pike fishing. Because this is my childhood, you know. Yeah. This is what I have been doing growing up. Ah, okay. Let us check the length of this beauty. And have a look at that. What a beautiful fish. Nice, nice, nice. This one also have some pike scars. An old warrior. Yeah, 47 cm. Nice, 47 cm perch. Really beautiful. Old, calm fish. I will release this beauty straight away. It is currently an extremely long run to the big fish point. And at the moment, the small centimeters are on the side of Team Headbanger. 47 cm is the largest barge today. And we will close the end of this episode. Now we can do some perch slime in the beard. The 47 cm is a very good fish. So, oof. Let's go for it. Yeah, we saw a good fish there. Now we are going to try this savamura. The pike destroys it, but it still works. And the bite was good. And the bite was good. This is close to 40 cm. Savamura delivers again. And look at this. This is a real jerk of the water. A real jerk. Two jerks. This jerk is 38 cm. 38 cm. Not too big. A jerk. A bite jerk. Well, the biting frenzy, as you can see to my right here, is on. And instead of opening the hatch, where we have all the tackle, I decided to pick up the big bucket with all the soft plastics in. So, you can easier access and get your lure back in the water. Because the biting is on. The fight begins. The big ones. It's all approved now, Adam. We are on the perfect spot. Here, Lanker City coming in. And the big ones are on the bottom. I think the small ones hunt in the surface. Well, topwater fishing is always excitement. You make the cast and then you see the entire action going on. What are you doing? From the cast until the strike. And that's what making topwater fishing so fun to do. No, no, no. The young ones, they are like really stupid. Now that's the thing with the young seagulls. You see it, it's a youngster. It's brown. And they are not that smart as the elderly. So they go for the topwater instantly. Like a hungry perch. And it's a clicker. On the Stripe Pro Waterstrike again. Nice fish. Above 30. Another point. For Team Catch with Cass. Adam and Efat are still doing what they are doing. A lot of baits. The question is, if they will break their target number of 186 baits from the first day. The Kingfisher Reisend Camoteca team has delivered a fantastic show today. But the baits has now slowed down, since we're going to dinner. The fishing kind of slows down a bit now. So what I do is, I'll get this tough buck tuned up with a little propeller in the back. It's actually not too heavy. And I kind of like it because it's just tangling, you know. It's turning around when the lure is still standing. So that's kind of an add-on that might attract the perches now a bit more. So, if it comes to topwater fishing, it's always important after casting quite a bit on a spot that you give the spot a little rest. So that's what we did. We just had three, in our opinion, very good topwater spots. We fished them, all the three of them and then went back to the first one again to give every spot a little rest. So it's good to leave it alone. And now we have two more spots. And then the plan is because the topwater fishing slows down here in this area around noon. So we try again what we tried yesterday from the shore too. Just on different spots that we grind the edges and just fish deeper. We saw a lot of baitfish standing on the edges. Maybe we can do a little bit on the top five there. Or even with a bit of luck, get a big fish point today. So, this new spot, we are fishing on six meters depth there. Good drop-off against the weeds. But we are not fishing in the weeds now, we are fishing areas outside it. The normal here is the baitfish is moving along this drop-off and the perch is following that. So, we try to find that one or two fishes here also and hopefully it will be a good size on them. I think so anyway. Feels like it. Heavy? No, not so heavy I think but it can be a pike also. No, it feels like a big perch. Or it is a big pike. No, it looks like a perch. Yeah. It really looks like a perch. It acted like a perch also. I can't see it. This is a perch. Oh my god, I am so nervous. I can't see it. Yeah, a big perch. Big perch. Yes! 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 It is a high 40. Finally! Oh! What a tank! Don't lose him. No, no. I just wanted to show in his mouth the butter bolt. I am feeling sick now. 44. Yeah, I thought it was bigger but this makes me so happy. So happy for this fish. 44 cm of pure love. Really like this. I think this is a fly versus jerk time. This is a big one. I will tell you that. I took on the shutter bait. Super hard strike. Oh, it is fat. It is super fat. I said it was healthy. It is not that long, it is just fat. But still it is a big pike. Very nice fish, Toby. Thank you. Please, I want a big perch instead of this one. They are fun to fight but not what we need right now. Bye bye. What to do, Dustin? I don't know, Toby. Everything but perch. I have a bad memory of last year to be honest. It reminds me like catching everything. But not a single perch. I hope this will not happen this time. We will see. Keep on fishing. Concentrate. And I hope then we will catch this one big perch. Another fish for Dustin and Tobias. And without Perch Pro would be a really good day on the sea. But most of the fish also want to try the cost of this Barschleckerlis. Nice with an upgrade for us. Finally. It's been tough for a while now, so it feels good with another nice fish. Even though this is no giant, it keeps the confidence up. 42cm perch. It's good. Beautiful fish. 42cm. Team Headbanger verdrängt langsam die 30er aus ihrer Top 5 und derzeit sieht es für die Schweden sehr gut aus. So guys, we are taking some lunch now. And suppose we are coming back in the next episode, right? Last one. Yeah, last episode coming up after this really good sausage. Thanks for following us guys. Next episode I will pick up a big one. See you then. Bye. We did it same as last year. No perch for us in episode 5. Hopefully we can change that because we need one big fish. I think if we catch a really big fish like 50 plus, we might have the chance to win this. If not, of course we don't have the chance. But that's what we are doing. So thanks for your support and see you in the next episode. I think we are near to a mental breakdown. Yeah, close to. Well, we had a good day on the water, that's for sure. A really good day. Stay tuned until next week. We are so excited for the last episode. Hopefully you are the same. We give our best to step up and keep on using. Show you the best, keep on using. Let's do it. We had a decent morning. Not good, not bad. 46 on top. We have 4 over 40, I think. Not the result that we were hoping for. But there is still a lot of time to catch up in episode number 6. So hang in there. See us catch the tank in episode number 6. 50 plus. Okay guys, so we had an amazing morning. Very exciting. Like really amazing. 93 fish, over 30. 4 hours of time. We don't know anything. But I really hope that the other teams, number wise, are lagging way behind. So we can sail this one to harbor. And maybe win it again for the second time. Let's cross our fingers, thumbs up for us. Thanks for the support for Team Catch With Care. And see you next week at the final. Ciao. So we have just made a high risk move. We did a long drive up to a spot where we caught some really big fish during our test fishing. But it is a very small spot and sometimes the fish are just not here. So it turns out good or bad, you will see in the next episode. Next. Oh, fish off! Ohhhh! Episode 5 is over and the second day in episode we have Team Headbanger at the end with 212 cm under the top 5 with the biggest fish of 47 cm. Marius und Matthias hatten heute morgen ein wirklich cooles Topwater angeln und ihr 43 cm Barsch ist jetzt genug für den Topwater Punkt. Wieder einmal halten Adam und Eva ihren Klicker heiß, sodass 93 zugelassene Barsche bei weitem nicht die beste Zahl ist. Die Gesamtpunktzahl über alle 3 Tage mit den darin enthaltenen 4 extra Punkten spricht für sich. Team Headbanger und Team Catch With Care liegen mit jeweils 4 Punkten in Führung, aber die Verfolger sitzen ihnen im Nacken. Diese Saison von Perch Pro kann auf so viele verschiedene Arten enden und ihr möchtet das Ergebnis in der nächsten und letzten Episode auf jeden Fall nicht verpassen. Mein Name ist Nick Edler und bis nächste Woche! Aym ins Schuss Bis zum nächsten Mal Ciao 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 Ciao